Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es was ganz Besonderes und zwar die hübsche BR-102, die ihr hier auch schon stehen seht im Abstellbereich auf meinem Container-Terminal. Das ganze Stück wurde vor ein paar Monaten von dem User TheRed angefangen. Er hat angefangen das gute Stück zu modellieren und dann hat er anscheinend keinen Bock mehr gehabt. Der gute Trunky aus dem Transportweberforum hat sich dem Ganzen angenommen, das Teil fertig gebaut und veröffentlicht, damit wir uns daran erfreuen können. Ja, diese Lok spaltet die Gemüter, die einen sagen, boah, ist das Teil hässlich und die anderen sagen, joa, richtig geil, ich bin einer der Fraktionen, die sagt, gefällt mir wirklich sehr geil, sieht super aus. Das ganze Teil, oder besser gesagt das gute Stück, das ganze Teil, hört sich ein bisschen komisch an, das gute Stück wurde von Skoda Transportation gebaut, sechs Stück hat die Regio Oberbayern, die DB Regio Oberbayern für den München-Nürnberg-Express bestellt. Die sollen 2018 dann mit speziellen Wendezügen, Doppelstopp-Wendezügen, in Betrieb genommen werden. Und ja, basieren tut das Ganze auf der 109E, von Skoda Transportation. 2016 im April wurde die erste Lok fertiggestellt, auf der InnoTrans 2016 vorgestellt in Berlin, das war die 102-003, das ist auch die Lok, die wir hier haben. Und im Juli 2017 gab es die erste Probefahrt, auf der Strecke Mannheim-Stuttgart. Ja, das ist keine mehr System-Lok, die ist nur für den deutschen Verkehr ausgelegt, mit 15 Kilowolt. Ja, das so ein bisschen zum Hintergrund dieser Lok. Und wir gucken uns das ganze gute Stück doch einmal hier im Detail an. Hier vorne, seht ihr gut, der Lokführer sitzt in der Mitte, ist ja nicht so üblich. Wie gesagt, das ist die 102-003. Unten seht ihr den Schneeschieber, ich soll ja öfter mal schneiden in Bayern. Dann wunderschön texturiert diese Schläuche hier unten, keine Ahnung wie viel die sind. Ich denke mal, das sind die Traulik-Schläuche, Bremsschläuche, vielleicht die Traulik-Schläuche, da sind die Schneeschieber verbunden, sind die Schneeschieber vielleicht nach oben zu fahren. Keine Ahnung, das DB-Logo darf natürlich nicht für die Scheinwerfer. Trittbretter hier vorne, alles sehr schön. Gehen wir mal zur Seite. Gehen wir hier schon schön die Blüftungskitter oben, einige vorhanden, Pantoprasen oben, vorne noch zwei. Ja, wie nennt man das dazu? Ich weiß das gar nicht. Kuchen, Hörner, Hörner denke ich mal. Damit die Lok auch jeder hört. In dem Fall hier ist der hintere Pantopras oben. Gehen wir mal nach hinten. Auch die Tür hier, schön texturiert mit den Griffen. Wirklich, wirklich schön geworden. Hier ist kein Lockführer drin, selbstverständlich. Auch hier ist der Schneeschieber und die Brunsschläuche. Traulik-Schläuche, ich weiß es nicht genau. Schlafen ist rot. Ah. Schön gelockert worden. Schauen wir uns das Ganze nochmal mit dem Kameratool an. Zoom mal ein bisschen ran. Ich kann mal auch reinzoomen. Zoom mal rein. Machen wir aber so. So sieht man auch der Innenraum. Das Pult, der Sitz. Schick, schick geworden. Skoda steht auch dran. Selbstverständlich, die Firma will ja auch, dass jeder weiß, wer diese Lok gebaut hat. Auch hier unten die Räder und die Drehgestelle. Hier die Federn, alles richtig, richtig schön. Wie gesagt, jetzt die Griffe hier. Also die Jungs geben da schon immer ordentlich, ordentlich Gas. Was die Loks, was die Loks, generell, die das Rollmaterial angeht. Ja, hier noch so Griffe dran. So sieht das Personal, falls ihr hier vorne arbeitet, damit es nicht runterfällt. Scheibenwischer hier oben noch ein Warnschild. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr diese Lok toll findet oder ob ihr sagt, die ist hässlich, mag ich gar nicht. Wie gesagt, mir gefällt sie sehr gut. Wie gesagt, hier sind ganz viele Lüftungsgitter. Ja, das soll es schon gewesen sein zu diesem guten Schmuckstück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer sehr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und in dem Sinne, noch einen schönen Rest Sonntag und macht's gut, Leute. Ciao.